Schöne Grüße aus der Genusszone, wir machen heute einen Erdbeer-Shake, dafür haben wir folgende Sachen. Wir haben Orangensaft, eine sehr sehr reife Banane, Honig und gefrorene Erdbeeren. Jetzt kommt als erstes die Banane in eine Schüssel. Und dann kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu, unsere Erdbeeren, der Orangensaft und unser Honig. Und zum Schluss wird alles noch püriert. Jetzt ist unser Erdbeer-Shake auch schon fertig und jetzt füllen wir das noch in Gläser ab. Die Gläser dekorieren wir mit einem Zuckerrand und das zeige ich euch auch noch. Unser Glas soll hinterher so aussehen mit einem Zuckerrand. Dafür brauchen wir folgende Sachen. Wir brauchen Zucker, eine Schale mit ein bisschen Wasser und natürlich ein Glas. Das Glas tunken wir einmal mit dem Rand ins Wasser. Und dann nehmen wir den Zucker. Einmal ein bisschen drehen. Und fertig ist unser Zuckerrand. Jetzt beim Apfel müssen wir darauf achten, dass wir nicht an den Zuckerrand kommen. Und jetzt müssen wir es nur noch servieren oder selber trinken. Und jetzt müssen wir es nur noch servieren oder selber trinken.